Musik Drei Ecken, ein Elfer. Und hier ist Ihr Moderator, Albert Nsia. Sechster Spieltag hier in der KOL Wiesbaden und es heißt Tuss Dotzheim im Derby gegen Frauenstein. Die Jungs sind blau und da hinten, ja, es geht los, genau. Die beiden Mannschaften laufen schon in die Kabine. Wie gesagt, die Dotzheimer in blau und SV Frauenstein in rot. Für die Dotzheimer wird das ein schwieriges Spiel werden, würde ich mal fast sagen, mit vielen A-Jugendlichen bestickt und wenig Spielern in deren Reihen, die schon ein bisschen höherklassig gespielt haben. Das Ganze sieht aber bei Frauenstein anders aus. Die haben gestandene Spieler in den Reihen und das kann natürlich in so einem Derby nochmal so das Zünglein an der Waage sein. Wir werden sehen. Ich zeige euch gleich nochmal, wie die beiden Mannschaften aufgestellt sind, wer wo spielt und dann würde ich sagen, auf geht's ins Derby. Bei Frauenstein in der Innenverteidigung Christ und Röther ganz wichtige Säulen und ganz links der Mann mit der linken Klebe und einer starken Technik mit der 17 Kevin Blum. Bei Dotzheim, der Mann mit den acht Toren, aktuell Elmar Haui. Davon hat er sechs alleine gegen Karadenitz geschossen. Und natürlich der wichtigste Mann mitunter auf dem Platz, der Schiedsrichter Dr. Dr. Alexander Hennig. Auf geht's ins Spiel in dieses Derby der KOL. Und die erste Szene ist ein Foul. Die aber nein, nicht mit Rot geahndet wird, sondern nur mit Gelb. Freistoß für Frauenstein. Das ist die allererste Torchance des Spiels und die erste Annäherung für Frauenstein. Und das ist die erste Annäherung für die Dotzheimer. Tja, der wäre fast drüben bei der Ludwig Erhard Schule gelandet. Und dann die 17. Kevin Blum, linke Klebe. Der war gut. Aber eben nicht gut genug. Denn Balke hatte den Ball mehr oder weniger fest. Und dann dieses Ding hier. 1 zu 0 steht es für die Gäste aus Frauenstein. Weil Balke im Kasten von Dotzheim den Ball nicht festhalten konnte. Nicht so wie beim ersten Mal beim Freistoß. Denn Lukas Reddich hat das Ding auf den Kasten geknallt. Und ja gut, dann gehört natürlich auch noch ein bisschen Glück dazu, dass genau dort dann Nico Kowalke steht und das Ding reinmacht. 32. Minute schon. Also wie ihr seht, das Spiel mit sehr wenig Torraumszenen. Wenn denn mal Torchancen da waren, dann waren es zu viel Produkte wie diese hier. Und den muss man dann einfach auch mal machen. Gerade dann, wenn es eben nicht so läuft. Technisch war das nicht wirklich ansehnlich. Es wurden viele lange Bälle gespielt. Und damit ging es dann auch in die erlösende 1. Halbzeit durch den Pfiff von Dr. Hennig. Und es ging in die 2. Hälfte. Da sollte man eigentlich meinen, dass sich das Ganze vielleicht spielerisch bessert. Aber wie ihr hier seht, das Ping-Pong-Spiel, der lange Bälle ging weiter. Und die Dotzheimer ließen weiterhin den Körperkontakt vermissen und auch diesen Willen, das Spiel noch zu drehen. Und dann kommt natürlich Fraunstein zu solchen Möglichkeiten, wie hier durch Bader Mazzuki. Gut gehalten diesmal von Balke im Kasten der Dotzheimer, der mit seinen Vorderleuten nicht so zufrieden war. Genauso wie dieser Zuschauer hier, nämlich Thomas Glaubinge. Bester Coach ever, der sich dieses Spiel hier ansieht. Denn sein Sohnemann spielt in der 2. Mannschaft beim SV Fraunstein. Und der kriegt noch die nächste Szene zu sehen, der Gäste, nämlich das 2 zu 0. Durch den eingewechselten André Kongolo, der den Ball eigentlich nur einmal berührt, der Ball durch die Beile rollt und dann gerade noch so mit der Pike macht er den rein. Aber, wie hat mal ein schlauer Fußballer gesagt, mit dem ich zusammengespielt habe, drin ist drin. Die Fraunsteiner, die technisch unter ihren Möglichkeiten blieben, schafften es nicht, das Spiel an sich zu reißen und den dritten Treffer nachzulegen. Deshalb nahm sich Kevin Blum mal den Ball aus 50 Meter und haut auf den Kasten und macht es so wie früher einst sein Trainer, Dennis Ilsemann. Der hat so ein Ding manchmal schon oben rechts im Winkel eingeschweißt. Und wie gesagt, sie machten die Dotzheimer dadurch natürlich auch stark. Und die kamen endlich mal mit einem Annäherungsversuch durch Walid Ben Moiraim. Frauenstein hatte Möglichkeiten, um das Ding hier klarzumachen, schafften es aber nicht. Kevin Blum aus der Drehung. Und das Spiel ging langsam in Richtung Ende. Die Dotzheimer wurden immer stärker oder waren es die Fraunsteiner, die immer schwächer wurden. Sie kamen zu Möglichkeiten. Wieder mit der Nummer 22. Ben Moiraim. Stark von beiden. Einmal vom Spieler gut geschossen, aber auch vom Keeper Kuba gut gehalten. Dann die daraus folgende Ecke. Da ist die Latte im Weg und in der Mitte ist es der Capitano, der da versucht zu köpfen. Marvin Lindner. Und da schauen wir da nochmal genauer hin. Und ob das nicht vielleicht sogar Hand war, Herr Keller. Und so wie der Ball geflogen ist, hätte ich fast gesagt Hand. Aber das war natürlich auch sehr, sehr schwierig zu sehen. Die Dotzheimer, die wussten jetzt mittlerweile, wo das Tor steht. Und versuchten es auch. Durch Julian Rackel. Und schon steht es nur noch 1 zu 2, ihr Lieben. Auch wenn das die 90. Minute ist. Und übrigens technisch ganz stark gemacht. Der Schiedsrichter ließ drei Minuten nachspielen. Die Dotzheimer schafft es aber trotzdem nicht mehr in diesen drei Minuten eine Torschuss zu generieren. Und somit geht der Sieg an die Gäste. Und die sind jetzt nach diesem Spiel... Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Mein Lieber, bis zur 85. Und du hast gerade eben deinen Jungs gesagt, habt ihr das Spiel unter Kontrolle gehabt. Was war denn los danach? War ihr platt oder woran lag es? Ne, platt nicht. Aber wir haben dann komplett aufgehört. Ja, hinten raus Fußball zu spielen. Wir haben die Dinge nur noch nach vorne geplatschert. Und so machst du es im Gegner einfach. Also wir haben nicht vor, jetzt irgendwo da oben mit den ersten vier oder fünf mitzuspielen. Für uns ist es einfach, die Liga zu halten und die jungen Leute, die Jugendlichen von der A-Jugend jetzt hier zu integrieren. Ja, und langsam heranzuführen. Der sechste Spieltag ist abgeschlossen und die Frauensteiner haben die drei Punkte aus Dotzheim mitgenommen hier im Derby. Wir haben uns natürlich gedacht, dass das vielleicht ein bisschen hitziger wird, vielleicht ein bisschen interessanter. Aber gut, wenn Dotzheim die letzten 15 Minuten so gespielt hätte, über die 90 Minuten, dann wäre das Spiel wahrscheinlich ganz, ganz anders verlaufen. Aber gut, man kann es sich ja nicht aussuchen. Wie gesagt, jetzt alle Spiele, die ich am Wochenende aufzeichne, gibt es immer montags 21 Uhr hier auf Facebook und auf YouTube. Wir sehen uns.